Star Wars Battlefront Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Wars Battlefront. Yannick ist auch wieder dabei. Hi. Wir spielen jetzt Helden vs. Schurken. Ja, Helden vs. Schurken. Drei Leute sind Schurken, drei Leute sind Helden. Der Rest sind normale Truppen. Oh, bei mir lecks. Schocktruppler. Jawohl. Ich auch. Oh, da ist schon ein Imperator. Da ist Luke, Luke, Luke. Luke, pass auf, da ist auch Han Solo irgendwo. Han Solo war hier auch. Oh, Luke. Luke, gib mir. Luke, sprich dir ein. Hä, was war das denn? Ich geh doch noch aus dem Weg. Ich hab grad den Luke voll treffen können. Haben wir jetzt nicht angeballert. Das Leia. Oh, Han Solo. Da oben ist Leia. Han Solo flüchtet von mir. Hä, was? Was ist das? Der Damm. Ich spiel wieder als... Wobei... Mich regt das auf, dass wir die erste Runde von Helden vs. Schurken nicht haben. Ich spiel als Imperator. Ich spiel als Imperator. Und du? Boafett. Der war ich noch nie. Also dunkle Seite habe ich noch nie gespielt Dunkle Seite habe ich noch nie gespielt Wie geht denn das mit dem Jetpack? R2 oder was? R2 einfach getrackt halten Du kannst ihn so aufholen, wie du willst Komm mal mit Lass uns zusammen angreifen Ja, ich bin hinter dir Ich bleib mal Ey, warte mal, renn da nicht so in die Taten Nein Da sind welche, los, baller dein Blaster weg Ich habe schon welche Janik, wo du bist denn du? Da ist Han Solo Hier ist Luke Ne, das bist du Ich habe ein J gelesen Also irgendwie finde ich den Imperator richtig gammelig Muss man mal so sagen Ich bin tot Alter, der kann nichts, man Der kann nur seine komischen Flitze Stehe ich nicht Scheiße, das Luke Ich bin leid Scheiße, ich bin leid Ich habe die Runde verpackt mir jetzt Aber ich habe Han Solo Habe ich die Damage gemacht Sehr gut Han Solo hat es auch die Damage gemacht Ich habe Lea fast gekillt Scheiße, das habe ich vielleicht schlacht gelassen Sehr nice Ja Vader und ich haben es gewissen Wobei, Imperator habe ich noch nie gespielt Der kann ja nur diese Blitze und diesen komischen Sprung Das finde ich ein bisschen blöd Du spielst nichts runter als Parallel Sturmtruppler Dieser Name Sturmtruppler Imperialer Sturmtruppler Und ich habe schon wieder diese falsche Waffe ausgerüstet Ach man, Janik Macht mich doch nicht so Nein Nicht in diesen Morast Aua Oh, fast schon tot Ich habe Angst, Alter Du bist ja irgendwie vorgesprintet Look Ich bin tot Oh Mann, ich hätte gerade nicht mehr verletzen können Stopp-Truppler, Mann Das ist geil Ja Ja Die verkacken, glaube ich, die Runde Dafür gammeln die zu sehr rum Und Das ist knapp Jawohl Nein, ich bin Der Vader hat du gekillt Sehr gut, den Hammer Hier ist Leia Ich kill sie jetzt Ich bin dabei Fuck, jetzt habe ich die drauf aufgegriffen Die Rebellen haben einen unserer Helden eliminiert Nein Leia hat mich gekillt Miss Organa Nein, jetzt habe ich die Oh, jetzt habe ich schon wieder die Waffe gewechselt Wo ist die denn? Nein, nicht in dem Morast Da, vor dir Die war eigentlich ganz hinten Pass auf, da ist ein Geschütz, Janik Nicht rumgehen Nicht um die Ecke gehen Ich bin schon längst tot Wirst du, das wirst du nicht? Willst du jetzt schon einen, ne? Das sagen wir so Ja Hä, verstecken die sich gegenseitig oder was? Ja, hinten Veilers in der Eindecke Und Leia ist ganz hinten an deren Sporn Ich wollte mich auch verstecken Weißt du, wo ich mit Luxo umgesprungen bin? Das war so eine geile Aufnahmesession eigentlich Es ist ein bisschen schade, dass ihr das nicht sehen könnt Wo ist denn die Fatsse, Mann? Hinten links! Hinten links! Das ist echt lächerlich, Alter Hat mir ein bisschen Damage gemacht Ja, noch 30 Das weiß ich Ja, wir müssen uns ja erstmal dahinten holen Aber Vader ist instant tot Wenn der da reinläuft Weil das ein offenes Feld ist Der ist sofort tot Der hat kaum noch Leben, soweit ich das weiß Die sind alle dahinten, Alter Und ist jetzt vorbei Unentschieden wahrscheinlich Jeder kriegt einen Punkt Ja, unentschieden Steht doch da Stand bei mir grad nicht Stand bei mir grad nicht Ohne Wissen Was soll ich grad sagen? Ey, gar keiner kriegen den Punkt Ich bin Darth Vader Imperator Jetzt ist er euch scheiße Also zumindest gegen Normale Gegen Normale ist der cool Aber gegen Gegen Helden ist der scheiße Okay, mit R1 machst du das? Schreien find ich so geil Was ist denn das? Was ist denn das? Was passiert denn da? Ey, kommst du mal oder was? Ja, ich hab einen Ratma, ich bin hinter dir Ich weiß nicht, was das ist Kann ich dir nicht sagen Oh, oh Ist da einer? Ja, es sind alle Sehr nice Hinter dir, der Slayer Scheiße, die hat mich Ich bin so schlecht Ich wollte gerade Als Schockdruckler kommen Sehr nice Sehr nice Komm jetzt bitte nicht verkacken Ich darf jetzt nicht sterben Wie viel Leben hast du noch? Da ist Han Solo Han Solo hat noch volles Leben Ich auch Sehr gut Sehr nice Ich habe einen Helden gekillt Ja, du standst neben mir Ja, aber du hast denn das meiste gezogen Ich habe die Chance genutzt Aber Emperor, der zieht übel viel Leben Ja Ja, ja Ich spiel über, wie gesagt, da die Rebellen Ich finde Leia gar nicht mal so schlecht Ne, eben Leia ist Leia ist Ne, Leia ist zum Beispiel in Vorherrschaft oder so Ist super cool Da kannst du halt die ganzen Schilder da machen Ja, eben Pass auf, links rumlaufen welche Links Ich suche einen Helden, Alter Ich habe einen Thermal-Exploder Dann wird's lustig Am besten alle auf einen Fleck, ey Das wär's Oh, wir Slayer Mann, das ist voll unfair, Mann Die sind nicht auf diese Steine Da komm ich nicht drauf Hier sind alle Helden Hier ist Leia und so Die sind alle in der Nähe von dem Flugzeug Ein bisschen weiter unterhalb des Flugzeugs Es ist noch nicht vorbei Zeigt keine Gnade Kann so lustig, da und Ja, ich muss das mal hinlaufen Jetzt würde ich mal gern Boba spielen Das wär cool Boba ist geil, Alter Aber es stört das ein bisschen Dass du mit dem nicht zielen kannst Imperator Lass das mal zusammenbleiben, okay Das Wirklich die ganze Zeit Wirklich zusammenlaufen Ich bin mein Schüler Ja, mein Meister Jeha Kann ich auch fliegen? Boah, ich kann fliegen Meister wartet auf mich Meister So, lass das verzeih dir Alles gut Hinter uns sind nur welche Komm mal mit Ähm Dings ist auf dem Auf dem Dächter sind welche Da ist Han Solo Han Solo flüchtet von mir Alter, die sind alle hier Oh mein Gott Wo? Hinten Wo ich bin Guck mal Ja, siehs Hilfe Der schnetzt ja mich nieder Janik Du bist ein Opfer Ja Tot Tot Er ist tot Sehr, sehr nice Alter, Lea ist auch Ja, Mann Wo ist denn der? Ich weiß nicht, der flüchtet Glaubt mir Gammelt jetzt wahrscheinlich Wieder da hinten irgendwo Du bist der Letzte? Ne Ne, ne Der ist da hinten geflüchtet Ich wollte mir Das Noob, Alter Nicht alleine Geh mit Boba zusammen Bleib bei Boba Ja, sonst Es käme noch ne Niederlage Du weißt nicht, wie viel Leben der hat, Alter Gar nichts mehr Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh Was? Nein Oh Gott Ich hab gefehlt Ich hab gedacht Die Blütze gehen ja überhaupt nicht weit Ich hab mich gekült Ich hab mich gekült Die Blütze gehen ja überhaupt nicht weit Ne, eben Was ist das denn? Ich hab gedacht Ich geh mal ein Stück Du musst ja praktisch neben dem stehen Ja, das wusste ich nicht Darauf hab ich noch gar nicht geachtet gehabt Alter, war Walter Das ging mir Das war mir aber jetzt ein bisschen Junge, Leute, Leute Das war Egal, Sieg ist Sieg Das stimmt Sieg ist Sieg So sieht's aus Nun gut, dann Danke fürs Zusehen Wir hoffen, es hat euch gefallen Und wir sehen uns im nächsten Match Macht's gut Tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschau Bis zum nächsten Mal Tschau